Oh Gott, das ist einfach niedlich. Ja, ja, was ist denn hier los am frühen Morgen? Juhu! Da sind sie alle. Jo. Oh, hier ist was los. Schön. Ja, habt ihr hier zu tun, ne? Ja, du bist schon wieder unterwegs. Hast schon wieder Federn. Jo, Jo. Ja, habt ihr alle zu tun, ne? Jo. Oh, herrlich. Jeder hat was zu tun. Da kann man sehen. Wer ist denn da dran? Die Sunny? Die Sunny, die ist aus dem Häuschen. Schön. Da schaukelt jemand. Die Vanilla. Schön laut, zeigt ihr. Ne? Welles sind ja nicht laut. Doch, sind die. Oh, ist hier was los. Jo. Hier ist immer Äpfel. Wo ist denn schon wieder die... Da ist die Spatzi. Und die Peach, die ist da, Melone am Essen. Und die Weiße sitzt da drinnen. Die kann man auch mal rauskommen. Die ist immer die letzte im Bunde. Ja. Ja. So, jetzt machen wir mal wieder aus. Na? Draußen sind auch die Vögel. Wie schön ist der. Okay. Okay. Okay.